Landschaftszerstörung, ausbeuterische Verhältnisse, Verschwendung von Ressourcen sind negative Begleiterscheinungen im Tourismus. Auf Augenhöhe Wirtschaften ist dagegen eine Win-Win-Situation, in der wir und die lokale Bevölkerung im gleichen Ausmaß profitieren. Ohne ein intaktes Ökosystem ist kein Tourismus möglich. Werden wir uns dieser Tatsache bewusst und sägen uns nicht den Ast ab, auf den wir alle sitzen.